Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Drogerie-Battle. Ich habe heute in dem Video für euch eine Seite Essence, eine Seite Catrice und wir werden schauen, wo sind die Unterschiede. Gibt es überhaupt Unterschiede oder gibt es eine Marke, die vielleicht doch besser ist als die andere, obwohl sie aus demselben Hause sind? Wir werden das Ganze herausfinden und ich hoffe, ihr habt Lust darauf. Ich habe richtig gute Laune. Heute ist ein Drehtag für mich, das heißt, ich habe schon drei Videos gedreht. Das ist Nummer 4. Man sieht es mir an, aber nicht so schlimm. Ich habe heute richtig, richtig Motivation, Videos zu drehen und ich hoffe, ihr habt Lust, das Video zu gucken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt und dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefallen hat. Und falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. 63% haben schon meinen Kanal abonniert, das heißt, der Rest schaut nur die Videos, ohne auf Abonnieren zu drücken. Und das wäre schön, wenn ihr das macht, dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr. Ihr seht das, ich habe noch nichts außer ein bisschen Pflege im Gesicht und wir werden schauen. Ist Catrice, ist Essence vielleicht dasselbe? Gibt es Unterschiede? Gibt es Produkte, die ich lieber mag, die ich von der einen Seite, von der einen Marke vielleicht nicht so gerne mag? Und ich habe hier eine große Kiste. Zuallererst, dieses Video entsteht nicht in Zusammenarbeit mit Catrice und nicht in Zusammenarbeit mit Essence. Ich habe mir das jetzt mal so ausgedacht. Ihr dürft nicht vergessen, Essence und Catrice gehören zu Cosnova. Das ist die Hauptmarke. Und darunter gibt es halt diese ganzen anderen Marken, Essence, Catrice beispielsweise. Ich kenne die Jungs und Mädels dort ja mittlerweile schon sehr, sehr gut. Und ich habe immer gedacht, dass das dasselbe Team sind. Das sind aber komplett unterschiedliche Flügel auch in dem Haus. Das heißt, die einen haben mit den anderen produkttechnisch nicht wirklich was zu tun. Es gibt vielleicht mal ein paar Überschneidungen, aber grundlegend sind das zwei komplett individuell agierende Marken. Und deswegen schauen wir mal, ob es Produkte gibt, die mir von der einen Marke oder der anderen Marke besser gefallen. Ich habe probiert, Produkte rauszusuchen, die sich ähnlich sind, damit das Gesicht nicht ganz so verrückt aussieht. Aber es werden keine Dupes sein. Das heißt, ihr werdet mit Sicherheit Unterschiede sehen. Als Primer habe ich für die Essence-Seite den Hello Good Stuff Glow Serum Primer. Feuchtigkeitsspendend und weichzeichnend mit Wassermelonenwasser und Niacinamiden. 93% natürlich Inhaltsstoffe. Ich mochte den eigentlich ganz gerne. Ich glaube, der kam jetzt auch erst zum neuen Sortiment mit raus. Der zieht super schnell ein. Ich mag eigentlich Wassermelonenduft nicht, aber das ist kein so extremer Wassermelonenduft. Deswegen mag ich den eigentlich ganz gerne. Der ist natürlich ein bisschen parfümiert, aber hinterlässt wirklich eine schöne, mit Feuchtigkeit versorgte Grundierung. Auf der anderen Seite habe ich von Catrice den Vitamin C Fresh Glow Primer. Ohne Silikrone, ohne Mikroplastik und ohne Parabene. Auch den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist von der Textur her auch ähnlich, vielleicht ein bisschen dickflüssiger. Aber der hat keine eigenen Duftstoffe mit drin. Und hinterlässt auch wie der Essence Primer einfach eine schöne, frische Haut. Vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr Glow als die Essence Seite. Aber beides sind sehr, sehr gute Primer. Ich habe mir natürlich jetzt auch Produkte rausgesucht, wo ich weiß, dass ich sie gerne mag. Ich finde, ich sehe das ab und zu bei anderen Leuten, die dann so ein Das vs. Das machen, aber dann auf der einen Seite ganz bewusst Produkte raussuchen, die wirklich für sie nicht gut sind. Das macht keinen Unterschied. Ich habe hier Produkte, die ich wirklich von beiden Marken sehr gerne mag. Und ich mag natürlich auch beide Marken sehr gerne. Primer ist einmal eingezogen. Jetzt habe ich einen kleinen Chip für euch. Und zwar wisst ihr, dass Essence mit Merve dieses Lamination Style Brow Fixing Gel rausgebracht hat. Das ist iconic gewesen. Pro Tip. Nur einmal durchgehen und dann nicht mehr anfassen. Einmal vielleicht rüber gehen und nach oben streichen und nicht mehr durchgehen. Sonst entwickeln sich so weiße Würstchen. Das ist normal, dass das so funktioniert. Wenn ihr nur einmal durchgeht, passiert das nicht. Catrice hat, ich glaube, das ist wirklich 1 zu 1 dasselbe Produkt, halt nur in einer anderen Verpackung. Beziehungsweise das Design der Verpackung ist anders. Der Inhalt ist aber auch gleich. Einmal durchgehen, andrücken, fertig, nicht mehr anfassen. Falls euch das von Merve gut gefallen hat, das ist jetzt bei Catrice im Standardsortiment. Also da braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Ihr kriegt das noch. Für die Foundations habe ich zwei meiner Favoriten der jeweiligen Marken rausgesucht. Einmal von Essence die Pretty Natural Foundation gegen den Hyper Hydro Skin Tint von Catrice. Das ist offiziell keine Foundation. Das ist eher so ein Tinted Moisturizer. Der hat aber sehr, sehr viel der Kraft. Ich liebe den über alles. Einer meiner liebsten Foundations aus der Drogerie tatsächlich auch. Der ist sehr, sehr flüssig. Interlässt auf der Haut so einen wunderbaren, frischen Touch. Und sorgt einfach dafür, dass die Haut wirklich richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt ist. Ein großartiges Produkt, gerade jetzt für das Wetter, was jetzt kommt. Es wird warm. Unsere Haut trocknet aus durch die Sonne, durch das Chlor, durch das Salz, durch alles, was jetzt gerade so durch die Luft fliegt. Mag ich gerne. Die Deckkraft ist tatsächlich ein bisschen leichter. Ich mag das im Moment ganz gerne. Auf der anderen Seite habe ich hier von Essence die Pretty Natural Foundation. Die könnte jetzt ein Stückchen zu dunkel sein im Vergleich zur anderen Seite, weil ich natürlich hier wesentlich mehr Deckkraft habe. Und der Unterschied da natürlich dann eindeutiger wahrzunehmen ist. Aber ich bin mal gespannt, was ihr über die Produkte denkt. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung oder eure liebsten Produkte von Essence und Catrice in die Kommentare. Da bin ich natürlich super, super gespannt, welche Favoriten ihr von den Marken habt. Ich freue mich auf die nächste Limited Edition von Essence. Das ist nämlich die Jurassic Park RE. Und ich habe die schon gesehen und die finde ich tatsächlich super spannend. Also falls ihr die sehen wollt, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Dann schaue ich mal, dass ich da rechtzeitig rankomme. Die Catrice Seite ist ein bisschen kühlender, ein bisschen feuchter. Hat natürlich weniger Deckkraft als die Pretty Natural Foundation von Essence. Es sind aber beides sehr, sehr gute Foundations, die beide sehr lange halten. Und ich sie fast am schönsten finde, wenn man sie nicht mit Puder setet. Deswegen werden wir das jetzt auch so erstmal nicht machen. Base ist wunder, wunderschön. Ich liebe das manchmal. Manchmal, wisst ihr, ich liebe Make-up. Aber manchmal habe ich nicht so Lust, wirklich alles Mögliche ins Gesicht zu kriegen. Bring Concealer, Puder, Blush, Highlighter, dies, das, jenes. Sondern einfach ein schöner Skin-Tint mit ein bisschen Blush. Sieht schon einfach lebendig aus. Und das sehe ich meistens morgens nicht. Als Bronzer habe ich zwei Produkte, die sich auch sehr, sehr ähnlich sind. Auch vom Packaging. Einmal den Essence Sun Club Natural Bronzer gegen den Catrice Sun Glow Bronzer. Aber ihr seht, das Packaging ist, ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Also ihr seht es jetzt auch im direkten Vergleich, ne. Beide haben diesen rosé-goldenen Ring. Hinten das Design ist sogar sehr ähnlich. Let's give it a try. Wir starten mit Essence. Der hat ein sehr, sehr schönes Pressing mit drin. Ich glaube, ihr könnt das nicht erkennen. Ich gehe jetzt auch mit dem Pinsel hier mit rein und stempele das mir hier einfach ein. Das habe ich jetzt neulich festgestellt, dass ich das total gerne mag. Wenn ich den Pinsel für alles benutze, dann sieht das immer so ein bisschen harmonischer aus. Und dann nehme ich auch den Rest und sette damit meinen Concealer. Ich finde, dann gibt es so einen Bronzy Goddess Look. Und dadurch, dass ich mit dem Bronzer nicht mit dem Puderpinsel reingegangen bin, sondern mit einem Foundationpinsel, kann ich das Produkt richtig in die Haut einpressen. Und dann sieht das alles sehr, sehr glatt aus. Ich mache ihn ein bisschen sauberer. Microfiber Multitool Pro Tip. Ihr habt die ja fast alle eigentlich. Geht hier rein, macht den sauber und ihr könnt ein anderes Produkt benutzen. Und auf der anderen Seite Catrice. Auch den stempele ich mir hier einfach rein. Der ist vielleicht ein Stückchen pigmentierter. Und auch hier so ein bisschen unter den Augen lang. Und dann habt ihr ein sehr... Ich weiß nicht, diese Technik, also den selben Foundationpinsel mit Blush, Creme Blush und dann in den Puder zu gehen und auf die ungesettete Base zu geben. Das ist... Ich habe das nur per Zufall festgestellt, weil ich da nicht so drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich das gemacht und ich fand, das sah sehr natürlich aus. Also ihr seht das, glaube ich, im Gesicht, ne? Ich habe natürlich jetzt alles hier auch so ein bisschen fokussierter auf die Nase gesetzt. Das sieht aus, als hätte euch die Sonne wirklich geküsst. Und das ist jetzt für den Sommer eigentlich ganz süß, oder? Ich gehe unter die Augen noch ein bisschen mit meinem selbst angemischten Puder. Nur, dass es da nicht so creased. Und habe eine super Sonnengeküsste Base. Okay, jetzt auch nochmal von Namen, ne? Wenn ich so ein Stückchen zurückgehe und nicht ganz so beleuchtet bin, seht ihr, wie natürlich die Haut auf beiden Seiten aussieht. Und das könnt ihr mit Essence oder mit Catrice machen. Könnt ihr mit jedem anderen Produkt auch machen. Aber probiert das wirklich mal aus. Ihr dürft nicht zu viel Pigment am Pinsel haben, vor allem nicht zu viel Rot. Und dann einfach hier so ein bisschen rüber und unter den Augen lang. Vielleicht hier noch so ein bisschen auf die Stirn. Mallorca, ich komme, ich komme. Vielleicht ein bisschen Münz-Mallorca, aber ist egal. Für die Augen schminken wir auf der Catrice-Seite einen Look mit der Pro Slim Eyeshadow Palette Peach. Peach Origin. Wir machen einen sehr, sehr simplen Look heute. Ich benutze hierfür den Pinsel von mir und Letizia in die Farbe Nature. Und packe mir den einfach nur hier außen hin. Und blende den aus. Oh, Summer Make-up, ich komme. Sitsi-Zeiten, vor allem das Schöne ist, das liebe ich ja, ne? Du kannst bei dem Wetter, was wir jetzt haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In Berlin ist heute eine Katastrophe, wir haben 14 Grad und es regnet, aber der Sommerweib ist da. Es ist hell, es ist lange hell, die Blätter sind grün und dann finde ich so ein Summer Make-up eigentlich immer ganz schön. Vor allem, wenn die Haut halt so ein bisschen gebräunt ist, ein bisschen fresh ist. Auf mein bewegliches Lid gehe ich in die Farbe Aura. Das ist dieser schöne Peach Ton und der bringt halt dieses Summer Feeling nochmal mit ins Make-up mit rein. Kann man auch so ein bisschen unordentlich machen. Ich finde, das sieht dann einfach immer ganz besonders, weiß ich nicht. Das ist das Schöne beim Sommer Make-up. Es muss nicht so ordentlich sein. Es darf ruhig mal ein bisschen, ein bisschen wilder und ein bisschen unsauberer sein. Wir wollen nicht Ewigkeiten vor Make-up gesessen haben. Love it. Auf der anderen Seite nehme ich von Essence die The Brown Edition. Das ist eine meiner liebsten Paletten von Essence überhaupt hochpigmentiert. Ich gehe auch wirklich nur ganz leicht in die Farben hier rein, beide, und blende mir das Ganze hier ein. Die sind extrem pigmentiert. Also wenn ihr wirklich mit wenig Geld für Make-up klarkommen wollt oder müsst, dann holt euch diese von Essence. Da habt ihr alles. Da gibt es auch mittlerweile mehrere Editionen von, auch mit schwarzen Tönen. Da habt ihr dann einen super erwachsenen Nachtlook vielleicht. Das ist jetzt eher so die Tagesration-Make-up. Auf mein bewegliches Lid gehe ich hier in diesen Schimmerton. Die beiden mische ich mir so ein bisschen zusammen und habe ein super natürliches Ergebnis. Das reicht. Das reicht. Ich will im Sommer nicht eine Stunde da Lidschatten verblenden, sondern einfach nur so einen frischen Touch an Farbe, an Foundation. Good to go. Und für die Augen habe ich auch noch zwei Mascaren von Essence und Catrice mitgebracht. Für Essence die Another Volume Just Better Mascara liebe ich. Das Bürstchen ist phänomenal. Das ist ein recht gerades, aber trotzdem dickes Bürstchen. Ich kör mir einmal kurz die Lashes. Man kann dann damit direkt hier durchgehen. Die hat Panthenol und Hyaluronsäure mit drin. Pflegt die Wimpern auch, ohne dass die Augen irgendwie gereizt sind. Und die macht halt so, du kannst 100 Schichten drauf machen, gefühlt. Und die macht halt nicht diese ekligen Fliegenbeine, sondern einzelne, ganz, ganz dünne Wimpern, aber trotzdem schwarz. Für Catrice, das ist der Bestseller, glaube ich, schlechthin. Die Glam and Doll Mascara. Ich habe sie jetzt hier in Waterproof aus der Disney-Version. Da ist jetzt halt einfach hier nur Marie mit drauf, aber der Inhalt und das Bürstchen ist derselbe. Und auf die Lippen gehe ich ganz leicht, wirklich nur mit dem Essence hier rüber, für so einen leichten Touchfarbe. Und wir haben ein Full Face Cosnova. Eine Seite Essence, eine Seite Catrice. Mir gefallen beide sehr, sehr gut, Freunde. Ich kann da jetzt keinen großen Unterschied machen. Ich glaube, jede Marke hat seine Vorteile oder seine spezifischen Produkte, die sie sehr gut können. Beide können aber Make-up, das haben wir in den letzten Jahren definitiv gesehen. Ich würde die Essence Lidschatten Palette hier beispielsweise nehmen und den Catrice Hyper Hydro Skin Tint. Ansonsten schaut euch an, welche Farben gefällt euch bei der Marke besser als bei der Marke. Qualitativ sind beide fantastisch. Ich bin gespannt, welche eure Favoritenmarke ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, Essence oder Catrice. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns ganz bald hier wieder. Tschüss!